Ich bin Maurice Käse-Gutmann, bin E-Sportler und ich bin Teil des Bitburger 00 Athleten-Tipps. Ich selber spiele Dota 2. Wenn Leute heutzutage Artificial Intelligence programmieren, benutzen die Dota 2, weil es einfach das komplizierteste Spiel ist, was es in dem Markt gibt. Wir kommen durch den Borough-Strike, das ist ein guter Spiel von Kazoo. Wenn ich weniger als sechs bis acht Stunden am Tag mit Dota verbringe, dann fühle ich mich nicht in Topform. TI, das ist das größte Turnier, das heißt die International, das ist einmal im Jahr. Das hat auch das größte Preisgeld generell. Letztes Jahr, der Preispool war irgendwo bei, ich glaube 35 Millionen. Meine größte Motivation ist wahrscheinlich einfach, einmal TI zu gewinnen. Wenn man das gewinnt, dann gehört man, dann ist man einfach, ich sag mal, eine Legende. Terminale Untertitelung des ZDF, 2020